ich arbeite nur mit profis ich bin profi ja pass auf dass der ton in ordnung ist nicht wieder so wie in amorello das ist zwei jahre her verdammt ich hab keine alter die schaukel der neue typ ich sehe es nicht schon wieder sei nur nicht überrascht wenn wir auswechseln müssen was leute alter leute was ist mit der die interessieren sich nur für ihren scheiß anstatt einfach mal gucken was ist denn mit der schaukel wieso wackelt die schaukel es guck dir den baum an er ist still es ist nichts ist es in die büsche es ist kein wind alter so eine scheiß kack schaukel was flackert denn da ich werde einfach da stehen ich werde einfach da stehen ok oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich laufen wir ok los geht's laufen wir vor allem nochmal Platz da nochmal Platz da nochmal Platz da verschlossen stinkst übrigens nach Maggi nach dir ja gerne warum ah Moment probst du auch mal was Proben dieses Haus gruselige Geräusche oh spukt es hier hier der Van ist übrigens von denen wahrscheinlich ne kann das sagen der weiße Van leck mich ich war Chef Moderator Vertretung Piet nicht Chef Moderator das heißt dann was sagst du nichts das heißt dann doch nach dem wir spielen quasi nach der Demo wenn das der Wagen ist von dem okay verlassenes Farmhaus vermisste Familie verbrechen vermutet das übliche oh Gott wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein drei Jahre Clancy mach davon eine Einstellung gibt einen tollen Zwischenschnitt also ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst nicht Hinterwäldler die Bakers Jack und Marguerite Baker Marguerite und sie fahren still nicht rückständig viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas offenbar ein schwarzes Schnapp da liegt mir Zeit Mist Geister in Bayou gesichtet Geister in Bayou gesichtet Geister in Bayou gesichtet mich würde mal interessieren ob das auch wieder so ob das in der Vollversion das wäre ein toller Hintergrund die quatschen mit die quatschen mit zu viel Andre okay kein Dietrich hier Andre Andre Clancy weißt du wo Andre hin ist? ne ich hab keine Ahnung ähm mich würde interessieren ob du das bei den anderen Videos auch gemacht hast also wie der Demo dass du Sachen findest in der Vergangenheit die du in der Gegenwart brauchst echt unglaublich das letzte Mal dass ich mit dem Typ arbeite ich mein Produzenten kommen und gehen aber ein Kameramann wie du Clancy du bleibst bei dir nein ich geh nach oben ciao boah ist das alt aber was ist denn hier warum ist das hier so warum ist das hier so dunkel hm wo liegen da alter oh Gott oh Gott oh Gott ich geh runter ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme Alter warum ist das so fucking dunkel Puppenfingerlache nicht drin ne ne alter warum ist das so dunkel hm was hat das denn ich hab keine Ahnung hast du es gehört ja geh rein du zuerst du bist doch hier der investigative Andre oh Gott ist das dunkel Freunde ich weiß nicht ob ihr das ob ihr das sehen könnt aber wie dunkel das ist das ist so oh Alter das geht gar nicht allein in die Dunkelheit zu gehen ist schon Andre wo bist du man ist schon fürchterlich kann ich die Sicherung mitnehmen sie haben ein paar mehr details reingebracht ne in der Vollversion was man so sieht ne glaub ich ein paar mehr Gegenstände liegen rum und stehen rum hab ich das Gefühl was zur Hölle ich frag mich immer noch wie der den Dings hier gesehen hat den Griff aber den seh ich von hier aus nicht also zumindest also zumindest ne zumindest seh ich den von hier aus ok neuer Plan wir finden Andre und gehen ich mein scheiß auf die Sendung ja ja hm boah nimm deinen Arsch aus dem Bild so und jetzt muss ich wieder zuerst gehen kann ich den nicht vorschicken so dialogmäßig aus Auswahlbildschirm dass ich jetzt sagen kann der soll als erstes gehen hm du zuerst brauch eine nette Einstellung wie ich die Leiter runterkommen also du zuerst ja ja ich geh schon ich mach das mal ich mach das dann mal für dich Freund Freunde tun sowas was siehst du was ist ja ich hab ihn gefunden hier ist er äh hm 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 ja kennen wir ja ne haben wir ja gesehen geil so Mann Mann Scheiße Mann was war das denn für ein Film krass so liegt jetzt hier die Sicherung rum oder man fuck keine Sicherung alter oh Gott wir können runter gehen ne oh oh Gott oh Gott will ich das nein oh Gott nein ich will nicht in den Keller oh Gott ich will nicht hin ne nein scheiße hm verdammt Freunde, seid ihr noch da im Stream? Schön. Wie oft haben wir uns alle in der Demo gewünscht, da lang gehen zu dürfen. Jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt wird gleich was passieren. Ich wette damit, jetzt wird definitiv gleich was passieren. Ich weiß es genau. Was flackert denn? Oh nein, ich hasse Wasser. Oh Gott, seit Amnesia hasse ich Wasser. Alter, was? Oh nein, da kommt irgendeine Alte gleich aus dem Wasser. Ich weiß es genau. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Es ist dunkel, ich seh nichts. Oh, es wird immer dunkler. Was ist das denn? Warte mal eben. Oh Gott, ich will da nicht lang gehen. Hilfe! Leute! Das blubbert schon so komisch vor mir. Was habe ich... Das war ich nicht, ne? Denk nicht mal dran, dass ich das war. Warum guckst du mich so an? Ich war das nicht. Ich habe mich nur gerade entleert, weil ich so Angst habe. Da passiert doch irgendwas. Da steht doch einer, oder? Ach, wenn ich unter Wasser... Achso, okay. Ah! 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 Oh Gott. Vermisste Person. Wahrscheinlich, denke ich mal. Alter. Können wir den mal angucken? Ah! Ach, das ist der. Das ist... Ne, Clancy waren wir ja, ne? Ah, wie hieß der noch mit anderen? Fancy, ne Fancy, keine Ahnung. Das ist der. Der schwimmt also hier rum. Schade, dass ich das nicht lesen kann. Das ist ein bisschen schade. Das würde ich gerne mal lesen, was da steht. Das ist alles verschwommen. Schade. Ja. Wir sind im Haus. Ach, hier. Guck mal, hier kommt das Foto her. Schön. Das Schöne dabei ist, wie gern würde ich jetzt hier sein? Natürlich, auf jeden Fall. Ah, das Bettmodell hatte ich früher mit meinem Bruder auch. Nochmal. Äh! Äh! Alter! Mach nicht so'n Scheiß mit mir! Ich bin... Alter! Boah! Alter, mach nicht so'n Scheiß mit mir! Was ist das denn? Alter, mach nicht so'n Scheiß! Ohne... Ohne Flachs! Mach nicht so'n Kack mit mir! Ohne Spaß! Ich schmeiß den Controller weg! Ich möchte ein Spiel spielen! Er spiel speichert. Nein, oh Gott, nein, 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 nein. Hallo, ist hier... Ist hier jemand? Was ist das denn? Hier haben die... Äh... Mia? Das ist Mia, ne? Alter, war ne Zelle! Boah, wie mies! Mia! Mia! Okay, wir brauchen Schlüsse! Was ist das? Ein Brot! Ich werd' erst mal... mich hinsetzen, erst mal das Brot essen! Da ist ne Zange! Fuck! Ich hol' dich da raus, Mia! Oh Gott! Oh Gott! Da steht jemand! Ich schwör', da steht jemand! 100% Ich hab' das Gefühl, unten sind zwei Füße und oben ist ein Gesicht! Ich schwör', da steht jemand! Ich schwör', der kommt angerannt! 100% Sobald ich die Zange nehm' Ich schwör', mein Gott, der kommt! 100% Was? Ben tot! Harold gewandelt! Arthur gewandelt! Tamara gewandelt! Craig tot! Lila tot! Sean tot! William tot! Travis gewandelt! Peter tot! André tot! Clancy? Lebendig! Das sind wir, ne? Mia? Gar nichts! Heidi gewandelt! Heidi! Clyde tot! Lindsay gewandelt! Steven gewandelt! Äh, Nathan tot! Edward tot! Daniel tot! Alex tot! Tom tot! Ryan gewandelt! Susan gewandelt! Josef tot! David tot! Ja, Josef, okay! Ich wette damit, sobald wir die Dings nehmen, hundertprozentig! Der kommt, hundertprozentig, der kommt jetzt gleich, ich wette damit, der kommt jetzt gleich, da wette ich mit, der steht gleich hinter uns, hundertprozentig! Der steht mit Sicherheit gleich hinter uns, ich wette damit! Hm, ich wette gleich hinter uns, ah, da stand, da stand, Mia, 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 Mia... Ja, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ja, ich bin's. Ethan? Ja, Ethan, ja. Du solltest nicht hier sein. Warum? Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Ja. Nein, nein, habe ich nicht. Die hast du nicht. Alter, wie die aussieht. Was hab ich. Hat euch jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Wer? Wer? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Die Daddy kommt. Wir müssen gehen. Jetzt! Oh Gott. Wohin? Der steht da. Ich weiß, dass der da steht. Der steht da. Der steht da hinten. Oder? Woher wirst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass du mir erzählen, was hier los ist? Mia ist gruselig. Süßer, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Ich finde Mia sehr gruselig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die ist doch bestimmt... Schickes Propyrchen hat sie. Alter, was ist das? Oh! Soll ich Taschenlamm... Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Okay. Ich glaube, es ist hier lang. Ernsthaft? Ich trau' dir keinen Meter. Ohne Spaß. Ich trau' dir keinen Meter. Alter. Mein Schlafzimmer. Woher kommen die Details? Da liegt irgendwas. Ich trau' Mia keinen Meter. Ohne Spaß. Ich trau' dir keinen Meter. Die... Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Ja, wer denn? Was hast du? Trab' ich nicht. Okay, gut. Erzähl' mir nur, was hier los ist. Ich sag' dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ich trau' dir keinen Meter. Ohne Spaß. Ich trau' dir nicht. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Okay. Die Familie hat mir Essen hier durchgereicht. Ich erinnere mich. Okay. Na, pass' ich da durch? Warte. Warte auf mich. Warte auf mich. Renn' nicht so weit vor. Ich hab' Angst alleine. Ich bin froh, dass... Dort ist es. Ja, ich bin froh, dass du da bist. Hier ist es. Schön. Freunde. Oh, das sieht gemütlich. Das sieht gemütlich aus. Wo denn? Da ist die Tür. Da ist die Tür doch. Ich seh' sie. Was jetzt? Wie jetzt, wo du da bist? Noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Oh Gott, ich kenne diesen Raum. Oh Gott, ich kenne diesen Raum. Das ist der Keller aus der Demo. Oh Gott, ich kenne diesen Raum. Was steht da? Ein E. E minus. Ich kann's gar nicht erkennen. E null, nö, nö. Ah, das ist eine Lady im Rollstuhl. Ich kenne diesen Raum. Und hier ist die Tür. Das ist die Tür aus der Demo. Die ist verbarrikadiert. Und hier kam der eklige Tür... Der eklige Handebammel aus der Demo. Kann ich die Tür zumachen? Ja, Gott sei Dank. Wie geht's hier, Mia? 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 Wir müssen hier raus. Ja. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Genau. So, okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Da ist die Puppe außerdem auch. Und hier war irgendwas Ekelhaftes. Ich entsinne mich. Mia, ich schaue mich nur mal um, ob ich vielleicht irgendeinen Schlüssel finde. Oder ein Brecheisen. Oder keine Ahnung. Ui. Toll. Mia? 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 Pia? Mia, Pia. Oh nein. Aber ich weiß... Ich weiß, dass es links oben rausgeht. Die Frage... Die Frage ist, schaffe ich das? Oh, ich will nur raus. Oh, ist das gemein. Oh, ist das fies. Aber hey, wenigstens keine... Eine Automatiktür. Wenigstens keine Gittertür. Ich würde gerne... Ich würde gerne speichern. Wenn das ginge. Ja. So, dann würde ich sagen, wir sind im Haus. Wir haben den Keller bravourös überstanden. Hier sind irgendwelche Lappen drin. Und es regnet. Boah, ist das geil animiert. Alter Schwede. Leckofonnie. Ich ruf mal eben meine Mama an. Warte. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja. Hier oben lacht Pistolenmunition in der Demo. Aber ich glaube anscheinend nicht. Karte des... Gästehaus. Gästehaus? Die haben ein Gästehaus? Ach, du heiliger Strohsack. Küche. Geheingang. Wohnzimmer. Hintereingang. Abstellraum. Lager. Untergeschoss. Abstellraum. Lager. Operationsseil. Äh, Saal. Seil vor allen Dingen. Wache Zelle. Ach, krass. Dachboden. Alter, wie riesig das ist. So, hier war ein Klo. Da kann ich mich entsinnen. Das Klo sieht definitiv aufgeräumter aus. Arznei. Juhu. Da freue ich mich sehr. Nochmal Arznei. Okay, da ist nichts. Das ist doch gut. Wir klopfen da. Ist das der übergewichtige Nachbar mit der oberen Wohnung, würde Krong sagen. Das kommt von rechts, ne, oder? Alter, ne. Nie im Leben. Das kommt aus dem Keller. Alter, mehr in dem Leben. Ne, auf gar keinen Fall. Für kein Geld der Welt. Nein, für kein Geld der Welt. Nein, nein, für kein, nein, für kein Geld der Welt. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es mir. Ja, ich weiß es nicht. Für kein Geld der Welt. Ich hasse Stille. Vor allem hat es auch urplötzlich aufgehört zu regnen. Wie ein Wunder. Zumindest die Soundeffekte. Ich gehe da, nein, ich gehe da auf keinen Fall. Ich gehe da auf keinen Fall wieder runter. Nein, auf keinen Fall. Definitiv nein. Die Musik jetzt dabei. Alter, gut. Ich will den nur noch raus. Nein. Nein. Ich muss in den Keller. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mich umdrehen, dass ich umdrehen bei Horrorspielen auch hasse. Wenn du nicht weiterkommst. Vor allem, wieso kriege ich denn jetzt Arzneimittel? Als Geflex. Stell dich mal nicht so an, das ist nur so ein dämlicher Blitz gewesen. Sei ein Mann. Und spielresonibel. Okay. So, dann wollen wir mal ab in den Keller. Ich bin ein Mann. Oh Gott, wieso? Ich kann nicht. Das Geräusch. Das Geräusch. Ich kann nicht rennen. Nein, ich will raus hier. Ich will, Alter, ich will das nicht sehen. Ohne Scheiß, ich will nicht bleiben. Ohne Scheiß. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Nein. Nein, definitiv nein. Alter, habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Alter, diese Stimme. Hallo, mein Schatz. Oder ist das Mia? Ich traue ihr ja nicht. Kann ja auch sein, dass sie sich verwandelt hat. Kann ich schneller laufen? Es ist so. Oh Gott. Oh Gott, ich will es gar nicht. Oh Gott. Nein. Nein. Irgendwas kommt jetzt. Alter, was muss ich machen? Oh Gott. Alter, hör auf. Alter, hör auf. Alter. Alter. Oh Gott. Aua. Aua. Äh. 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 Alter. Aua. Aua. Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Alter. Habe ich es nicht gesagt? Ich kann sie hören. Ich kann spülen, wie sie sich in mich zurückkämpfen. Ach, raus. Lass mich in Ruhe. Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du mir? Sind wir alleine? Oh, Entschuldigung. R1. Alter. Wo ist das Messer? Warum ist das Messer weg? Ich will das Messer haben. Aua. Aua. Alter. Ja, schwingt. Ja, jetzt hat es das Messer wieder. Willst du mich verarschen? Aua. Oh Gott. Was? Angreifen. Äh, was? Achso. Geh sterben. Du dumme. Hasta la vista, Baby. Die ist doch nie im Leben tot, die Alte. Hau nochmal ein paar Mal drauf mit der Axt, Mann. Alter, wie die aus dem Boden aufgestanden ist. Boah, hab ich mich erschrocken. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hab auf einmal auf dem Boden... Aus... Natürlich. Jetzt klingelt das Hello-Ton. Oh, wie die auf einmal gerade aus dem Boden aufgestanden ist. Alter Schwede. Ich hab ein halbherzler Wasser gekriegt. Was ist das denn hier? Ein Mini-Kochtopf. Okay, das war wahrscheinlich so ein bisschen... Liegt die noch da? War wahrscheinlich so ein bisschen Kampftutorial, damit man weiß, wie es kämpfen geht. Ne, ich lass die Schublade offen, dann weiß ich auch, dass, äh, dass ich da war. Woher von ihm, woher kommt auf einmal das Messer? Und woher hat er auf einmal die Axt gefunden? Habe ich nicht gesagt am Anfang, die ist mir zu suspekt? Ich trau der nicht. Habe ich nicht gesagt? Die sah schon so komisch aus. Die sah schon so komisch aus, die Alte. Oh Gott. Oh Gott, ich bin zwei Jahre älter geworden jetzt gerade. Ohne Spaß. Ich bin zwei Jahre älter geworden. Ich heiße Zoe. An den Dachboden würdest du rauskommen. Dachboden? Geh da hin. Jetzt. Zoe? Wer ist denn bitte... Warte mal. Was war das? Warte mal eben, ähm... Ne, Moment. Ich will mal kurz gucken. Zoe, Zoe, Zoe. Haben wir Zoe hier stehen? Ben, Harold, Alter. Mia, Clyde, Steven, Edward, X, Tom, Ring, Susan. Erinnere mich ein bisschen an links, an, äh, wo war das nochmal bei, äh, Zombie U. Da musst du auch in der Tasche so graben auf dem Touchpad und dann mal so gucken, ob ein Bildschirm Zombie kommt. Oh Gott. Freunde. Freunde, ich werde so vergehen bei diesem Spiel. Ich werde... Ich werde... Ja, haha. Warum? Warum? Warum hat der mit der Axt nicht noch hundertmal draufgehauen? Es ist wie in Horrorfilmen so. Warum? Warum? Ich fühl mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühl mich ein bisschen sicherer jetzt mit der Axt. Aber nur ein bisschen. Das Schlimme ist, das Spiel hat mir jetzt Tasten erklärt, die habe ich jetzt gerade schon alle wieder vergessen. Oh Gott. Oh. Kann ich wieder oben schweigen? Warte mal. Ist das dann, ist das dann die Alte, die wir gesehen haben, Mia, auch in der Demo, in dieser Kitchen-Demo? Ist es dann wirklich Mia und unsere Freundin, die wir suchen? Ist ja krass. Ah, warte mal. Hier waren wir ja jetzt gewesen, ne? Genau. Sicherung haben wir ja noch nicht gefunden. Da ist nur der Dings, der Zettel. Wir müssen die Sicherung noch finden. So langsam komme ich jetzt ins Spiel rein. Also langsam fühle ich mich spielerisch ein bisschen. Aber gut. Das mag auch daran liegen, weil ich vielleicht... Hier brennt Licht. Oh Gott. Freunde, seid ihr noch da? Ich muss gleich mal nochmal so einen Check machen. Ob der Stream noch läuft. Nicht, dass ich jetzt alles gespielt habe und keiner hat was gesehen. Da muss ich nochmal von vorne anfangen. Habe ich eigentlich die Dings noch? Nein. Äh, warte. Nein. Oh, Inventar. Sieh, ich habe doch gesehen. Ich habe es mal gesehen. Ja, ich habe den Bolzenschneider noch. Das heißt, ich kann... Warum ist da jetzt Licht ausgegangen? Komm her, ich habe eine Axt. Ich soll auf den Dachboden gehen. Das Problem ist, ich habe für den Dachboden noch keine Sicherung. Ich frage mich, wann ich das erste Mal jemanden von den Bakers kennenlerne. Ich meine, muss nicht unbedingt jetzt sein. Kann sich noch ein bisschen hinziehen, liebe Freunde. Ich speicher nochmal, weil hier oben war ja ein Speicherpunkt. Oh, göttlich.